Und dann Moinsen zum Vorbericht zum Spiel am Samstagmittag, Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Dreckig sein, hat jemand auf Twitter rausgearbeitet gehabt, eine kurze Szene vor Schluss von Bredlow, hat schön Zeit rausgeholt, da in der 97. beim Abstoß gelb gesehen, drüber gelächelt, hat auch schon Nürnberg gelb gesehen kurz vor Schluss, kurz vor Abpfiff, ist nur was Kleines, aber das ist halt genau diese Form von Ekligkeit, die du brauchst, dieses dreckig sein, einfach auch so Sieg über Zeit zu bringen, was du im Abstiegskampf halt grundsätzlich brauchst und auch, dass man auch letzte Saison, auch diese Saison unterstellen konnte, vielleicht hoffentlich jetzt abgestellt, dass wir eben vielleicht auch ein bisschen zu jung sind, zu unverbraucht, zu nett sind für Abstiegskampf, Spielbuch hat gezeigt, wir können auch anders, wir können auch anders, dieser Fighting Spirit ist da, ich glaube Zitat von Hönes oder auch von Bredlow, das Fighting Spirit, so musst du weitermachen. Relegation und Pokalfinale, hatte ich schon mal angesprochen in Videos, jetzt aber sicher, zumindest hat die Sportsshow heute im Artikel gepostet, normalerweise findet Relegation ja Hinspiel 1. Juni und Rückspiel 5. Juni statt und dazwischen das Pokalfinale, am 3. Juni Defi-Pokal-Halbfinale und der Termin, logischerweise, schaut die halbe Welt zu, der bleibt unverändert. Was verschoben werden würde, wenn wir wirklich als Relegationsverein, sag ich mal, ins Pokalfinale kommen würden, würde die Relegation verschoben werden, um ein und um zwei Tage, Hinspiel wäre am 31. Mai dann und das Rückspiel am 7. Juni. Das wäre schon eine komplett wilde Aktion, wenn es passieren würde, also natürlich Best Case wäre, wir kommen ins Pokalfinale, aber bleiben halt direkt drin in der ersten Liga, so eine verschobene Relegation wäre halt echt wild und für mich persönlich auch kacke, weil es sich am 7. Juni, auch schon lange gebucht, ist ein Rammstein-Konzert, zu dem ich gehe. Hätte ich nicht so Bock drauf, dass sich die beiden Termine quasi übereinander laufen. Mislintat zu Ajax, das war lange in den Gerüchten, nun ist es offiziell, Sven Mislintat geht zu Ajax Amsterdam noch nicht sofort, ab 19. Mai bis dann Sommer 2026 auf der Vertrag, wird dort Sportdirektor, es ist 100% ein gutes Match dort, Talentarbeit wurde bei Ajax groß geschrieben, ein guter Schritt für ihn definitiv und im Zuge von Interviews rund darum gab es ein paar interessante Aussagen von Mislintat. Einmal hat er bestätigt, dass er, als er beim VfB auf Trainersuche war, sich auch mal mit Peter Bosz unterhalten hat, sich bei ihm gemeldet hat, also das Gerücht hat er quasi bestätigt und im offiziellen Statement zur Anstellung bei ihm, bei Ajax Amsterdam, gab es einen interessanten Abschnitt, muss man sagen. Auf Deutsch übersetzt, im November vergangenen Jahres verlängerte Mislintat seinen Vertrag nicht, nachdem er angedeutet hatte, eine neue Herausforderung zu suchen. Das klingt schon ein bisschen schöner und klingt schon ein bisschen anders, als wie wir es interpretieren würden. Er hatte keinen Bock mehr auf Werle oder sein Vertrag war einfach schlechter als er davor und hat einfach seinen Vertrag nicht unterschrieben, was ja am Ende dann die offizielle Version war, Vertrag nicht unterschrieben. Logischerweise denke ich auch, dass er eben einfach damit nicht noch mehr Unruhe reinbringen will und das eben einfach so ein bisschen auf sich schiebt oder auf sich bezieht quasi, ein bisschen verschönernd das formuliert, dass er vielleicht wirklich grundsätzlich auch schon los hat, er auf eine Veränderung, auch wenn es so anders rüberkam, hieß ja auch bei uns damals, dass er eigentlich gar nicht geblieben wäre, Herzensangelegenheit und so weiter und so fort. Borussia Dortmund, Ex-Klub von Semincentard, hat sich dort den Namen Diamantenauge verdient und jetzt eben unser Gegner. Aktuelle Tabellenzweiter, zwei Punkte hinter Bayern München, Titelanwärter also dadurch trotzdem weiterhin brutale Siegeserie gehabt nach der Winterpause, dann ist diese Dämpfer, Champions League aus, Pokal aus noch schlimmer und die Bayern-Pleite, wodurch man eben jetzt wieder hinter den Bayern ist und nicht mehr vor den Bayern, Kader natürlich stark, brauche ich nichts zu erzählen so, aktuell auch wieder weniger Verletzungsprobleme als sie schon mal hatten, Brandt in Topform eben erst verlängert, andere schnelle Spieler vorne mit dabei, Adeyemi zum Beispiel wieder zurück, Alea, auch wenn er noch nicht so viele Tore gemacht hat bisher, aber da grundsätzlich immer eine Gefahr vorne drin mit der Qualität von einem Alea, Favoritenrolle ist klar vergeben, so mehr Videos gerne dazu abchecken, weil es sich getan hat natürlich, mit Toxi von den Pölos, bei mir gestern eins online gegangen, bei ihm heute eins online gegangen, gerne abchecken die Dinger und auch, Stammgast jetzt, oder ja, neuer Posten, sage ich mal fast, dazu gerne wieder in den Podcast stattdessen, dürft euch bekannt sein, der Podcast von Schubert Nachrichten, Schubert Zeitung, da bin ich jetzt immer mit Dateneinspielern am Start, also hier auch wieder zu Bochum, VfB und natürlich auch vorberichtsmäßig Daten zu VfB gegen BVB, gerne reinhören. Aufstellung, Luka Pfeiffer fällt aus, Nikolas Nathai ebenfalls, sonst können wir wohl aus einem vollen schöpfen, Mio ist ja ganz klar ein Gewinner unter Hoeneß bisher, der wird auch bei mir starten, ne, und noch zum Bochum-Spiel hinterher, Joscha Wagnermann hat es in die Kicker 11 des Tages geschafft, Glückwunsch, sehr gerne Nummer, und auch auffällig unter Hoeneß bisher, Trill Diaz, Trill Diaz, wie auch immer, war in Nürnberg und in Bochum nicht in Kader, mal gucken, wie es jetzt am Samstag aussieht, aber es ist einer, der erstmal außen vor ist unter ihm, von dem her denke ich nicht, dass sich großartig was verändern wird zum Spiel in Bochum, vielleicht auch mal, wenn man eben guckt, so auf Ex-Spieler, bei BVB natürlich Kobel, der sehr safe wieder eine absolute Masterclass droppen wird, wenn er gegen uns spielt, aber für uns vielleicht so rumgedreht, ist natürlich zwei Schritte hinterher, weil er kam aus Paderborn, aber so gesehen Ex-BVB-Spieler Chris Führig, ist bei mir auch in der Startelf, weil ich nichts ändere an der Startelf, kann ich schon vorweg nehmen, deswegen vielleicht auch mal ein Spiel für ihn, man kennt so der Klassiker, dass gerade eben Ex-Spieler gegen seinen Ex-Club gute Spiele machen, wird auch interessant zu sehen, ob eben Geras hier mal über 90 Minuten gehen kann, oder ob dann eben später, Pfeiffer diesmal nicht, ist ja nicht dabei, aber dann eben ein Tomasch, ein Imperier irgendwas vorne eben, dann doch wieder eingewiesen wird nach 60, 70 Minuten, schauen wir mal, also ganz easy, Bredlow, Dinos, Anton, Ito, Wagnoman, Carasso, Sosa, Endo, Mio und Führig und Gerasi. Hinrunden-Parallele, weil ich möchte unsere Hoffnung jetzt gar nicht grundsätzlich irgendwie einen Dämpfer mitgeben, so, aber es gibt durchaus eine Parallele eben zur Hinrunde, damals unter Wimmer, auch neuer Trainer gewesen dann, die erste Pflichtaufgabe gegen Bochum gewonnen, so hat es auch der erste Saison, sie generell danach, ein 6-0 im Pokal gegen Bielefeld, bisschen Hoffnung gehabt, bisschen euphorisch fast gewesen, und dann gab es eine 5-0 aufs Maul in Dortmund, diesmal andersrum, also zuerst Pokal, dann Liga, aber auch wichtiger Sieg gegen Bochum, und natürlich auch wieder wieder auch erster Siegcharakter, also erster Aussieg seit Jahrhunderten, damals erster Sieg in der Saison, und das Weiterkommen im Pokal in Nürnberg, nun auch wieder neue Hoffnung da, vor dem Spiel, würde ich mal behaupten, bei mir zumindest auf jeden Fall, vor dem BVB-Spiel, deswegen durchaus eine Parallele da, ich glaube aber trotzdem, dass ein 0-5 nicht unbedingt zu erwarten war, oder zu erwarten ist jetzt erstmal, für Samstag, denke auch neutrale Fans, tippen jetzt erstmal nicht auf ein 0-5, dazu ist eben auch ein Heimspiel, und kein Auswärtsspiel, auch ein großer Unterschied, trotzdem durchaus eine Parallele da, Prognose sind wir auch dabei, wie schon gesagt, Favoritenrolle ist ganz klar vergeben, trotzdem ist die neue Hoffnung da, und definitiv auch eine Vorfreude da, also 100% ausverkauftes Heimspiel gegen Dortmund, das wird einfach geil, selbst wenn es so die Stimmung sein sollte, am Ende die geil ist, das wird Bundesliga pur am Samstag Nachmittag, Tabellen-Situation spricht gegen uns, ist auch ganz klar, letzten Spiele gegen BVB auch, nicht so gut der Heimrekord, gegen die in den letzten 10 Spielen, sahen immerhin gegen Top-Gegner auch immer gut aus, das ist auch der Standardspruch, den wir immer bringen vor solchen Partien, auch zu Hause gut ausgesehen, 1-1 gegen Leipzig, 1-2 gegen die Bayern, aus 0-1 damals gegen Union, war am Ende ja nicht wirklich verdient, jetzt auch einen Punkt mitnehmen können, das kann Hoffnung machen, auch das Spiel in Leipzig zum Beispiel, um auch Auswärtsspiele zu nennen, das kann schon durchaus Hoffnung machen, Problem aber eben natürlich, auch wieder ganz simpel, gut spielen alleine bringt keine Punkte so, 3 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist es einfach, gut mitzuhalten, hat uns keine Punkte gebracht, wie gegen die Bayern, wie auch gegen Union nicht, so Geschichten, der BVB lässt tatsächlich, sage ich auch im Podcast statt, viele Torschüsse zu, also gleich viele wie wir tatsächlich, anfällig beim Konter, anfällig bei Kopfbällen, wir haben definitiv Chancen, Dortmund hat wie auch Toxie auch schon gesagt, Dortmund ist auch nicht unanfällig, haben auch einige Gegentore kassiert, durchaus möglich, hier was spannend zu erhalten, das Spiel lange eng zu halten, lange spannend zu halten, dann eben die Frage, kann der BVB seine Klasse auf den Platz bringen, wenn sie das können, dann kann so ein Klassiker, wie es auch Toxie gesagt hat, ein klassischer 1-2, 1-3, weiß und klassischer, knapper Auswärtssieg werden, man kann aber, glaube ich, wirklich echt seit Wochen, mal wieder hoffnungsvoll sein, in Richtung von dem Spieltag, deswegen tippe ich ja auch hoffnungsvoll, auf ein 2-2 gegen Borussia Dortmund, wir wissen auch ganz genau, jeder Punkt, auch jedes Tor, für das Torverhältnis, ist auch noch ein Vorteil für uns aktuell da unten, Torverhältnis, ist wichtig, haben wir gemerkt, letzte Saison Punkt gleich mit der Hertha, nur wegen Torverhältnis besser gewesen, das wären Big Points, wenn du einen Punkt gegen Dortmund mitnehmen würdest, wäre es richtig, richtig stark, Höhn ist auch wieder sehr klar in seinen Aussagen, klingt nicht so, als würden wir es angehen, wie ein Bonusspiel, und wie soll es anders sein, kommt immer wieder vor, leider, deswegen hier aus dem Off, aus dem Schnitt quasi, habe ich jetzt erst gesehen, dass wir Infos haben, zum Verkauf für die Pokalspiele, und auch am letzten Spieltag, hat sich was geändert, glaube ich, vom Verkauf her, Dauerkartenbesitzer können für das Pokalspiel, was immer noch nicht angesetzt ist, sie schreiben immer noch, 2. oder 3. oder 5. Dauerkartenbesitzer können ab dem 17. April, also ab Montag um 10 Uhr, bis Dienstag um 0 Uhr, also Dienstag 18. April 23.59, können sie ihren Dauerkartenplatz, oder ihre Vorkaufsdrechte, auf dem persönlichen Stammplatz eben einfach holen, also da seine Karten holen, die man hat, seine Dauerkartenplätze holen, Fanclubs ab dem Mittwoch, 19. April ab 15 Uhr, und Mitglieder dann ab Donnerstag, 20. April ab 10 Uhr, und da natürlich wie immer, oder wie aktuell immer, maximal 2 Tickets pro Mitglied, und ich glaube auch, deswegen zur Vollständigkeit, ich glaube, die haben im Zuge dessen dann Hoffenheim auch verschoben, ich glaube, das war eigentlich auch für die Woche angesagt, Hoffenheimverkauf ist jetzt, Mitgliederverkauf für das Hoffenheimspiel, letzter Spieltag, ist ab Dienstag, 25. April, ab 10 Uhr, auch hier wieder 2 Tickets pro Mitglied. Also, das soll es gewesen sein vom Vorbericht, ich habe sehr, sehr Bock aufs Heimspiel, natürlich am Start, wisst ihr ja, Dauerkarte, dies, das, der VfB rät natürlich wie immer, bei solchen Spielen, zu einer frühzeitigen Anreise ans Stadion, Tipps morgen im Video, mit Schalke Hertha, ja auch ein heftiges, Freitagabendspiel direkt, da habt ihr gerne ein kostenloses Like, ein kostenloses Abo da, falls ihr nicht getan habt, bedanke ich fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020